einen wunderschönen guten morgen nach deutschland und in die ganze schöne große weite welt heute ist der 23 september 2022 wir sind heute tatsächlich etwas später dran denn hier werden gerade alle schotten dicht gemacht wie man so schön sagt guten morgen lieber andreas guten morgen liebe eva ja das kann man wohl sagen viele haben uns schon angeschrieben ob der sturm denn glimpflich vorüber wäre nein der sturm kommt noch und zwar wird er kommen am samstag und sonntag wohl und wird aus der karibik hochlaufen und hat mächtig fahrt aufgenommen na der fängt schon heute nacht an heute nacht wird er kommen und wird sich aufbauen und tatsächlich ist nicht nur die ganze insel hier sondern nova skoscha in absoluter alarmbereitschaft weil da sind zwei faktoren die zusammenkommen ja also das kommt einmal hier aus dem ganz normalen regionalen wetterbereich und zwar eine sehr hohe wasserfront die hier aufläuft das heißt wir erwarten hohe regenfälle was auch gar nicht schlecht ist normalerweise wenn da nicht noch jetzt von der karibik diese hurricane mit hochkäme und auch noch sehr viel wasser mit sich bringt denn wir haben hier so um die 20 grad temperatur so circa plus minus und das ist relativ warm ja noch und dadurch kann die luft natürlich relativ viel wasser speichern und wenn das dann runter kommt dann kann das sehr viel auf einmal sein aber so ist es nun einmal man muss aber auch dazu sagen dass wir solche hurricanes schon oft erlebt haben und es wird nie so heiß gegessen wie es gekocht wird allerdings müssen wir damit rechnen wie wir sowieso hier rechnen müssen immer in kanada dass der strom mal ausfallen kann und insofern schon mal unsere ankündigen an der heutigen situation falls wir uns mal eine zeit lang nicht mit neuesten nachrichten melden können oder auch mal ein podcast ausfallen sollte dann liegt das nicht daran dass wir hier irgendwo in den fluten umgekommen sind sondern schlicht und ergreifend dass der strom ausgefallen ist und wir brauchen dann noch so ein bisschen wobei wir ein aggregat haben aber wir wissen nicht ob das internet dann hundertprozentig läuft das ist der punkt also wenn das internet ausfällt dann haben wir ein problem dann können wir uns bei euch nicht melden manchmal fällt es aus und es dauert auch dann ein zwei tage bis es wieder angeht ihr werdet es sehen also macht euch keine sorgen wir sind hier sehr gut vorbereitet aber noch mal andrea sagt wir haben hier schon einige stürme überstanden das stimmt wir sind allerdings selber auch schon mal opfer geworden eines ähnlichen szenarios wie es eben jetzt der fall ist dass auf der einen seite ein karibischer sturm kommt oder hurricane und auf der anderen seite eben ein tiefdruckgebiet mit viel regen und wenn das zusammenkommt ja aber nichtsdestotrotz ist es so die leute sind hier sehr gut vorbereitet die menschen hier können mit diesen natur strukturen sehr gut umgehen das muss man auch ganz klar wissen sie sind auf alarm aber sie sind nicht in panik sondern ganz entspannt es ist also nicht vergleichbar wenn wir die bilder sehen in florida oder beispielsweise große wirbelstürme in new mexico beispielsweise wo einer meiner söhne mal gelebt hat ich habe das öfters mal erlebt wenn dann so richtige häuser weggeflogen sind sowas kommt hier überhaupt nicht vor also das sind einfach nur stärkere stürme wie man sie auch in deutschland im norden hat immer wieder zum herbst hin also nichts übermäßiges so jetzt haben wir aber genug darüber gesprochen und können mal gleich mit den ebenso bewegenden und stürmischen meldungen die auf dieser welt so jetzt gerade sich ereignen weitermachen wir hatten es im laufe der woche schon mal angesprochen axel springer zu dem verlag gehört ja die welt die bild die bild der frau und die wie heißen die auto bild und so weiter und aber auch politico politico ist ein netzwerk in englisch sprach ich auch in den usa und welt und politico haben in vor ein paar tagen wir haben darüber gesprochen gehabt aufgedeckt wer eigentlich hinter den zwangsmaßnahmen lockdown und so weiter durch corona steckt und wir hatten das kurz angesprochen und euch auch angekündigt dass wir das thema in näher nehmen wollen das machen wir heute und wir haben auch heute ein video eingestellt aus unserer us redaktion die diesen fall näher beleuchten also die haben etwa sechs monate recherchiert investigativ wie es heißt und dieser bericht der ist vor vier tagen veröffentlicht worden am 19 september welcher bill gates und sein netzwerk durchleuchtet das netzwerk der macht und mit dieser macht hat man sich zugang verschafft zu den nationalstaaten selbst also in diesem beitrag den ihr euch anschauen könnt seht ihr übrigens unter anderem den namen angela merkel also es ist recherchiert worden vom springer verlag dass angela merkel sich eben durch die netzwerke von bill gates ja mehr oder weniger offenbar jedenfalls glaubt man dieser recherche hat kaufen lassen und diese ganzen lockdown maßnahmen über die wir seit fast drei jahren berichten damit in gang gesetzt ob sie gekauft wurde das ist natürlich ein hartes wort aber vereinnahmen ist in einem gewissen grad muss man schon sagen und hier muss man eines erkennen dass wenn ich sehe welcher druck dort von diesen großen stiftungen wie von der bill in melinda gates stiftung die ja ganz stark die who finanzieren die gabi finanzieren und all diese dinge und wenn wir sehen mit welchen millionen aufwand dort auch entsprechende strukturen der kommunikation für diese netzwerke in die politik reingebaut wird und wir sehen dass die großen staatsführer ob das ein beiden ist oder eine frau merkel war die dann eben halt aufgrund der ziemlich klaren aussage dieser sogenannten philanthropen ihre eigenen entscheidungen getroffen haben und zwar zulasten ihrer staatsbürger die das ganze aus steuergeldern finanzieren mussten und wir sehen dass dann zum beispiel 1,3 billion in diese in die who geflossen ist alleine von deutschland als größter einzahler da kann man natürlich da schon von ausgehen dass hier eine ein einkauf von politikern stattgefunden hat was für mich wichtig ist hätten wir das vor zwei drei jahren gesagt wir haben es maximal angedeutet dass es so sein könnte dann wäre das die wildeste verschwörungstheorie mittlerweile ist die welt und auch politico in die richtung nicht der verschwörungstheorieter gegangen da war meine stimme zu schnell sondern sie haben wirklich sauber recherchiert und haben diese verschwörungstheorien ganz glasklar bestätigt ich möchte ganz kurz die zahl korrigieren nicht 1,3 billionen sondern milliarden das ist eine englische ausdrucksweise die billions sind milliarden ja und was vielleicht sehr interessant ist also es gibt eine oder es gab eine diskussion im amerikanischen fernsehen in der sendung war room war room mit steve bannon steve bannon war auch informationsberater an der seite von donald trump und hier gab es eine diskussion zwischen steve bannon der berühmten journalistin naomi wolf die auch autorin ist und sich in sachen feminismus hervorgetan hat also erklärender weise und robert malone der ist ja der mit erfinder der mrna injektionen gewesen der dann irgendwann umgedreht ist und angefangen hat all das zu veröffentlichen was er aus seinem ehemaligen berufsleben in der entwicklung von mrna wusste also ist der größte kritiker geworden und die drei die seht ihr auch in diesem video die sprechen darüber sie bemängeln an diesen recherchen 1 und das muss man auch bemängeln kann man auch denn sie scheinen keine zweifel zu haben diese autoren von springer an den ja spritzen also sie bemängeln zum beispiel dass das bill gates netzwerk es versäumt habe die spritzen gerecht in der welt zu verteilen vielleicht haben sie das aber auch gemacht um sich wenigstens zu schützen andreas wie siehst du das ja ganz klar aus meiner sicht auch denn wenn einer so recherchiert so genau recherchiert entsetzte sich auch mit den themen auseinander und wenn er sich mit den themen auseinandersetzen erkennt er natürlich auch die begriffe wie hammer and dance und all diese dinge alle die dinge sind mit eingeflossen sonst könnte die die recherchen gar nicht machen und aus diesem grunde müssen sie hier natürlich an der stelle versuchen die politische korrektheit soweit es irgend geht einzuhalten um die eigentliche sensationsmeldung dass bill gates die staatsführer steuer dieser welt und die diese entsprechenden philanthropen und diese entsprechenden nicht regierungsorganisation da steckt ja immer der begriff drin nicht regieren und das sind die regierenden also wir sehen dass ja immer genau das gegenteil stattfindet von dem was man uns sagt die regierenden die regierungsmitglieder regieren eben nicht und die nicht regierenden das sind die dir die regieren und wir haben es wirklich im prinzip mehr oder weniger komplett auf der seite liegen oder sogar seiten verkehrt genau übrigens ist es draußen grad völlig windstill es ist die ruhe vor dem sturm ist nur eine kleine meteorologische zwischenmeldung falls es irgend irgendjemanden interessiert ich bin nicht aufgeregt wir sind ja gut vorbereitet aber man weiß ja nie welche kräfte da noch entfacht werden gut ich möchte aber hier zu dieser meldung zurückkommen oder zu diesem wirklich sensationellen beitrag von axel springer journalisten die über monate diese recherche gemacht haben und dieses netzwerk durchleuchtet haben und ich möchte für alle die die jetzt das video noch nicht gesehen haben noch mal zusammenfassen was da gesagt wurde von diesen drei protagonisten kritischen denkern naomi wolf sagt ja wir sind hier alle bekannt als aluhut träger als verrückt als hetzer und so weiter sie sagt aber jetzt ist eine art rehabilitierung eingetreten denn dann erscheint plötzlich dieser bericht diese einige also sie spricht von einer einjährigen recherche ich glaube es nicht ganz so lang gewesen und sie sagt das ist der artikel über den und das sagt sie völlig zu recht die mainstream medien nicht reden wollen also wir haben relativ wenig außer bei der welt und eben bei politico darüber erfahren zum beispiel vermisse ich beim spiegel eine schlagzeile andreas ja das wird man wohl nicht bekommen denn da laufen ja letztendlich gelder rein genau von denjenigen die hier in diesem artikel der welt entlarvt werden nämlich bill gates wir wissen ja dass genau aus dieser richtung bill gates millionen spenden an den spiegel gegangen sind das wird übrigens ganz öffentlich auch gehandelt nachdem man es nicht mehr verheimlichen konnte dass das meine interpretation und aus diesem grunde das lied ich sing dessen brot ich es und bei der welt handelt es sich offenbar um eine recherche und ich glaube dass die massenmedien natürlich in aufruhr sind und versuchen diese zahnpasta irgendwie wieder in die tube zurück zu bekommen aber es geht nicht mehr die ist jetzt draußen und stück für stück selbst wenn sie das ding wieder totschweigen können wie the hammer and dance papiere also die strategie zum aufbau der corona panik die die bundesregierung zum beispiel hat leaken lassen gewissermaßen über das innenministerium das schon im jahr 2020 all diese dinge sind nicht mehr rückholbar und selbst wenn eine masse breit und bresig vor sich hin pennt und die zusammenhänge nicht erkennen will es sind einfach zu viele wach und dies ding geht nicht mehr wir haben mittlerweile eine sehr laute minderheit die eine stille mehrheit regiert und wenn die stille mehrheit merkt dass sie eigentlich die mehrheit ist und die diese extrem laute minderheit das ganze steuert dann kann sich das so schnell umkippen und das erkennt man an der panik und auch an den reaktionen die momentan in den politischen agitationen laufen also auf jeden fall habe ich geguckt beim spiegel und nix mit stichwort suche gefunden was diese thematik angeht und naomi wolf sagt in diesem gespräch dass die drei führen also in den mainstream medien wird nicht darüber gereden im geredet im gegenteil das thema wird tunlichst verschwiegen und dabei sagt sie und das ist für mich auch eine sensation dass diese sehr kritischen leute naomi wolf steve bannon und so weiter melone dass die diese recherche als einen der bedeutendsten investigativen berichte kennzeichnet die politico jemals geleistet hat und sie sind völlig entsetzt und sagen der ist in der versenkung verschwunden es spricht in den mainstream medien niemand darüber obwohl die bedeutung des artikels überhaupt nicht hoch genug eingeschätzt werden kann und sozusagen eine weltweite verschwörung aufgedeckt wird denn dieser bericht zeigt genau wer die akteure sind und er bestätigt was viele immer wieder gesagt haben wir haben ja auch sehr oft darüber spekuliert andreas das ist eine also sie nennen es hier eine meter nationale struktur böswilliger akteure gibt insbesondere sogenannte gemeinnützige einrichtungen die sich einfach über nationalstaaten hinwegsetzen um etwas zu erschaffen also eine art weltregierung sie haben es als klischee bezeichnet den begriff weltregierung wohl wissend dass jeder der über eine weltregierung spricht gleich wieder an die wand genagelt wird vom mainstream aber hier wird ganz deutlich gemacht dass eben diese gruppe wir kommen auch gleich drauf wer diese du hast schon ein paar namen genannt wer diese gruppe oder dieser gruppe zugehört die entscheidungen getroffen haben um jeden menschen auf der welt zu treffen ja wir dürfen nicht vergessen dass diese vertuschungen diese verheimlichungen und auch diese eiskalten lügen die nach außen getragen werden durch die politischen vermeintlichen führer in den parlamenten und deren regierungen und abgeordneten die offenbar angst haben von ihrem trog weggejagt zu werden weil sie werden finanziert aus festen einnahmen die man als steuern aus den bürgern heraus presst und die haben angst das zu verlieren und diese ganzen leute die daran hängen das sind natürlich auch weitere informationen nämlich zum beispiel die mediatative mediatative wir haben ja judikative exekutive legislative das sollten gewaltenteilungen sein und die mediatative die wir eigentlich auch haben müssten das sind die massenmedien die ja mehr politik machen als alle anderen und ich habe gerade gestern darüber gesprochen man hat mich vor jahren mal gefragt warum ich nicht in die politik gehe und ich habe gesagt ich bin doch in der politik ja nicht meine richtig in der politik ich sage ich bin richtig in der politik ja ich meine in einer partei ich sage dann bin ich ja nicht mehr in der politik und dann kam die frage wie was könnten wir tun damit du andreas in die offizielle politik ist ich sage gebt mir fünf milliarden unter denen geht es nicht ja und was habt ihr was machst du mit den fünf milliarden ich sage dann kaufe ich eine große medien springer konzern augstein irgend so ein ding auf und dann kann ich politik machen weil dort wird die politik verkündet es sind eben halt die medien konzerne die entscheiden welcher minister geschasst wird welcher kanzler wird und wer raus fliegt oder wer präsident wird oder wer zurücktreten muss das machen die medien nicht die parlamente und die medien wiederum unterstehen dann den direkten anordnungen derjenigen die wie wir wissen was die welt jetzt hier hervorragend recherchiert hat die welt steuern geld regieren die welt so einfach ist das ganze und das über nicht regierungsorganisation deutlicher geht es nicht ja ich komme mal zu dem thema zurück hier was du gerade gesagt das ist extrem wichtig insofern als dass man sein eigenes medienverhalten bitte immer wieder überprüft und kontrolliert hängt ihr abends vor den öffentlich rechtlichen abendnachrichten herum und saugt es in euch ein und glaubt damit informiert zu sein oder setzt ihr euch auf die hinterbeine und recherchiert selber und hört euch vielleicht auch mal den podcast an oder geht in andere investigative recherchen die es ja durchaus im netz gibt hinein genau das ist wichtig und das entscheidende ist auch nicht alles glauben was wir hier sagen denn auch wir können irgendwo mal eine fehlinterpretation haben etwas falsch einschätzen recherchiert immer selbst wir kommen nicht mit der wahrheit sondern wir kommen mit unserer wahrnehmung die wahrnehmung baut auf auf eine unmengen von daten die wir hier versuchen zu recherchieren aber wir wissen natürlich auch so realistisch sind wir dass wir nicht alle daten haben können um ein wirklich lückenloses sauberes bild abzuliefern und da könnt ihr natürlich selber selber mit recherchieren bei den öffentlichen medien allerdings erkenne ich mittlerweile einen auftrag ein bild zu vermitteln was mit der realität eben überhaupt nichts zu tun hat das ist der punkt so also wir gehen noch mal hier in die thematik hinein denn sie ist so wichtig dass eben diese berichte nicht von irgendwelchen alternativen medien und damit meine ich nicht abschätzung oder geringschätzung sondern ich meine das auch als aufwertung sondern von den axel springer kollegen gemacht wurde und die protagonisten hier im amerikanischen fernsehen in der sendung war room die sagen es gibt also vier bösartige non profit organisationen welche die welt als geisel gehalten haben und im grunde geld gewaschen haben auch das scheint ja ein interessanter hintergrund zu sein denn die gavi das ist also die global alliance for vaccination das heißt das ist also die internationale impforganisation die arbeitet mit bill gates zusammen dann gibt es den welcome trust das ist eine britische forschungsstiftung ja der hund merkt auch was hier im anmarsch ist und dann gibt es die gruppe namens cpi das ist die koalition für epidemie vorbereitungen und eine internationale gruppe zur entwicklung von impfstoffen die heißt eben welcome trust und die wurde von bill gates also die die cpi wurde von bill gates und dem welcome trust gegründet sie alle diese vier sind verbündete gewesen das ist die aussage hier von naomi wolf wörtlich um die regierungen der welt zu bestechen als die pandemie ausbrach oder gestartet wurde und das ist sinngemäß auch die recherche aus axel springer und sie gaben 8,3 millionen dollar für lobbyarbeit aus um bestimmte politische entscheidungen voranzutreiben sowohl in den vereinigten staaten als auch in europa und das ist so wichtig diesen blick hinter die kulissen zu werfen denn die dinge wurden so entwickelt wie diese organisationen es wollten was das ziel war weil sie ja millionen dollar dafür ausgegeben haben für diese lobbyarbeit und zur gleichen zeit spendeten diese gruppen weit über eine milliarden dollar an die who andreas und jetzt kommt es in diesen recherchen ist eben auch ein screenshot von dem papier das von diesen organisationen an angela merkel damals noch bundeskanzlerin deutschlands gegangen ist und sie hat ja diese maßnahmen also tatsächlich fast wie in china umgesetzt man hat sie kaum wiedererkannt und gleichzeitig kommt dabei heraus dass deutschland weltweit mit abstand auf einmal der größte spender an die who ist nämlich weit über eine milliarde ja und zwar 1300 millionen genau also wenn einer ungefähr jetzt 40 jahre alt ist da muss er sein lebensalter einfach mal zugrunde legen und sagen aus wieviel sekunden ungefähr besteht mein leben in diesen 40 jahren und für jede sekunde seines lebens legt er jetzt mal einen dollar an die seite dann hat er ungefähr die summe die da gerade rausgekommen ist also pro sekunde 40 jahre lang so und wenn wir da mit diesen 1400 millionen also diese 1,4 oder 1,3 milliarden dollar die wir sehen die dort reingeflossen sind in die who und dann kommt als zweites die billen belinda gates stiftung mit ungefähr der hälfte und darunter kommt dann erst die usa dann kommt plötzlich wieder die europäische union und die europäische union mit ihren etwas über 400 milliarden waren das ungefähr wird natürlich auch hauptsächlich von der bundesrepublik deutschland als größter netto einzahler durchfinanziert das heißt wenn wir das noch mal oben reinsetzen dann ist es weit mehr als das doppelte gegenüber dem was der zweite gemacht hat und das in einem land welches vor der deindustrialisierung steht und sich gerade zerlegt das heißt also man erkennt hier schon sehr deutlich etwas was hier eine zerstörung mit sich bringt aber das spannende ist es nicht mal von uns sondern es kommt jetzt von der welt und die netzwerke werden genannt ross und reiter und sogar die zahlen und das ist natürlich eine neue qualität jetzt in dieser lage ja wir erinnern uns ursula von der leyen als eu kommissionspräsidentin hatte damals mit freudestrahlen glänzenden augen verkündet wie viele milliarden von der eu oder ne es waren 600 millionen glaube ich bitte nagelt mich nicht fest aber das muss ungefähr die zahl gewesen sein die an die gavi gespendet wurde von der eu und in diesem zuge hatte sie auch bill gates eingeladen und bill gates als ihren führer bezeichnet und gesagt also wenn der nicht wäre und der führt uns hier durch die pandemie im prinzip der bock zum gärtner gemacht wenn man das aus sicht der recherchen des axel springer verlages betrachtet und in diesen recherchen wird auch klar und es wird auch hier von diesen drei diskutanten deutlich gemacht dass im prinzip es ein puppenspiel der who gewesen ist weil auch gavi und sepi und auch der welcome trust alle gespendet haben neben der bille melinda gates stiftung und deutschland allen vorweg an die who und sie sagen hier diesen vier gruppen gehörte zu diesem zeitpunkt die who und china ausgerechnet also auch noch china die ja natürlich da auch geld gespendet haben in hohem maße und man geht dann hier darauf ein auch das lockdown modell chinas war dann plötzlich das vorbild für den rest der welt und wenn wir jetzt sehen was in deutschland weiterhin passiert in folge während überall in der welt eigentlich die maßnahmen aufgehoben werden also wir haben es glaube ich neulich schon gesagt hier in kanada spricht man darüber 30 september ist auch keine impflicht mehr für alle die einreisen wollen und jetzt haben wir ganz viel zuschriften bekommen könnt ihr uns auf dem laufenden halten wir versuchen es aber da müsste auch selber tätig werden da gibt es genügend behördenportale die eben darüber euch auch auf dem laufenden halten auf jeden fall ist es so dass all das ja zulasten der menschen gegangen ist die lockdown maßnahmen die isolierungen der alten menschen die oft einsam gestorben sind die kinder wo der schaden der der seele der kinder zugefügt wurde überhaupt noch nicht ermessen werden kann all das kann man festmachen andreas an wie die drei das hier sagen an diesen vier böswilligen akteuren ja wenn man es mal wirklich so ein bisschen versucht aus der perspektive deutschlands zu betrachten dann kann man natürlich feststellen dass dieses land offenbar am meisten betroffen ist von diesen ganzen maßnahmen übrigens wenn china auch einer der größten who spender ist und wir wissen dass china jedes jahr noch entwicklungshilfe in höhe von mehreren hundert millionen von deutschland bekommt dann sind in diesen millionen spenden von china gegenüber der who natürlich auch anteilig diese entwicklungshilfen aus deutschland wieder mit drin also es erhöht noch einmal minimal das ist das war eine kleine milchmädchenrechnung aber im prinzip ist es letztendlich so und wir können eigentlich erkennen dass was ich immer gesagt hatte jetzt in diesen letzten wochen wir haben eine überproduktion in usa und wir haben eine massive verschuldung der bürger in den usa weil eben halt die einkommen entsprechend der produktivität in den vereinigten staaten nicht mitwachsen konnte weil die gewinne eben halt nicht an die mitarbeiter gehen sondern immer an die konzernbosse und an diese großen tech eigentümer das ist ja der umverteilung prozess und aus diesem grunde müssen ja jetzt diese produktions kapazitäten weltweit runtergefahren werden und man sieht sehr deutlich dass man sich dafür europa entschieden hat und wenn man die deutsche wirtschaft mehr oder weniger platt macht im rahmen wir haben neulich über den morgentau plan gesprochen zum beispiel so ungefähr wie das mal angekündigt wurde dann werden alle anderen peripherie staaten um deutschland herum sprich ganz europa oder die eu mit den wach runter gehen und damit hätte man natürlich genau das geschaffen was man eigentlich wollte wenn man das mal versucht aus dieser perspektive zu betrachten ja und damit wenden wir uns jetzt nach fast einer halben stunde aus diesem thema wieder heraus und gehen mal in die aktuelle tagespolitik also da ist eine menge los stromkrise aller orten auch das wird immer deutlicher benannt und ich fange mal an mit sarah wagenknecht sarah wagenknecht die macht mehr und mehr von sich reden sehr sehr kritisch aber auch diplomatisch sie ist keine putin versteherin beziehungsweise würde ich mich da jetzt auch mal den worten anderer anschließen die gesagt haben es ist jetzt mal schluss mit diesem putin versteher gewäsch denn hier geht es um die existenz deutschlands und man muss einfach auch mal zumindest versuchen einen blick auf diplomatie und verständnis beziehungsweise verständigung richten so also sarah wagenknecht hat ein neues video veröffentlicht und sagt in diesem video die spirale der eskalation dreht sich immer weiter als reaktion auf die dank westlicher waffen erzielten geländegewinne der ukraine hat putin nun eine teil mobilmachung verkündet wir haben darüber gesprochen weitere 300.000 russische soldaten sollen jetzt aufs schlachtfeld geschickt werden und sie sagt sicher ist es nicht falsch dies als zeichen der schwäche zu deuten aber was folgt daraus dass wir der ukraine jetzt unbedingt noch mehr waffen und vor allem deutsche panzer liefern müssen wie es in den letzten wochen von der union über die grünen bis zur fdp gefordert wurde dann sagt sie sie hält das für totalen wahnsinn denn russland ist nun mal eine atommacht und der einsatz taktische atomwaffen bliebe immer noch die letzte schrecklichste karte die zur abwendung einer niederlage gezogen werden kann und dann zitiert sie aus der new york times die festgestellt hat dass ein in die enge getriebener wladimir putin am gefährlichsten ist ja und das ist ganz deutlich auch zu erkennen da hat sie natürlich völlig recht und sie macht sich gedanken und wenn wir wissen was eine atombombe ausrichten kann bisher ist ja noch nie eine atombombe von russland sondern bisher immer nur von usa abgeworfen worden und zwar wirklich in zivilisierte in urbane bereiche nämlich in japan hiroshima und nagasaki und wozu das führt das haben wir gesehen und dass hier natürlich eine warnung im raum steht ist auch völlig klar und man hat so das gefühl dass es den eigentlichen steuerern im hintergrund nämlich jenseits des atlantiks eigentlich egal ist was da irgendwie in europa passiert man hat da so mehr oder weniger eine eigendynamik an kriegerischen handlungen in gang gesetzt die man hoffentlich ich sag das mal jetzt sarkastisch nicht mehr wieder einfängt sodass es dann eben halt zu militärischen konflikten kommt da gibt es genügend entsprechende ecken über die wir oft gesprochen haben die man auch nutzt um jetzt so eine art verbreitung des krieges nach außen zu tragen ja und gleichzeitig sehen wir das usa gerade dabei ist sich auf den taiwan zu konzentrieren beispielsweise und daran erkennt man letztendlich auch diese strukturen immer wieder die adlerperspektive einnehmen und dann feststellen was da läuft aber es geht hier um menschen dabei ja und in diesem zusammenhang ist es halt auch immer wichtig sich genauer anzuschauen in welchem status befindet sich russland jetzt es gab ja vor einigen monaten also sagen wir mal auf jeden fall letztes jahr um diese zeit noch die chance dass verhandlungen geführt werden könnten russland hat sich beschwert hat gesagt die nato kreist das land zunehmend ein und all das was abgemacht wurde wird nicht eingehalten das ist deren darstellung die nato hat da ganz andere standpunkte aber dass der russe jetzt sauer ist und dass der russe offenbar auch nicht mehr zu verhandlungen bereit zu sein scheint und das ist aus meiner sicht das erschreckende an dieser sache zeigen folgende worte also zum beispiel hat dimitri medvedev das ist ja der stellvertretende sekretär des russischen sicherheitsrates der hat jetzt geäußert das melden verschiedene russische medien dass russland seinen weg festgelegt habe ein zurück werde es nicht mehr geben und er sagt in russland die ausgerufene teil mobil machung die bedeute dass die referenten in der ukraine stattfinden werden und die donbass republiken und andere territorien bestandteil der russischen föderation werden also daran halten die russen fest und wörtlich sagt medvedev und das ist halt das worauf sarah wagenknecht hingewiesen hat was die atomwaffen angeht das erwähnt er hier und sagt russland hat angekündigt dass es nicht nur die möglichkeit der mobil machung nutzt sondern auch alle anderen russischen waffen einschließlich strategische atomwaffen und waffen die nach neuen prinzipien funktionieren nutzen wird daher erschrecken uns äußerungen einiger pensionierter idioten mit generals anpassen über einen nato angriff auf die krim nicht hyper schall wird garantiert in der lage sein ziele in europa und vereinigten staaten viel schneller zu erreichen so herr mit fedev ja es treibt dann fast die schweiß bellen auf die stirn wenn man das hört denn wir sehen in welche ernste lage wir jetzt gebracht wurden in europa denn das ist wirklich kein spiel mehr hier ist ganz klar angekündigt dass zurück ist vorbei die tür ist jetzt geschlossen worden die tür ist geschlossen worden es wird keine verhandlungen geben im moment ist überhaupt nicht daran zu denken weil irgendwann hat man einfach gesagt es reicht jetzt und alles was jetzt gelaufen ist diese ganzen ringtausch geschichten und so weiter die haben dazu führen müssen dass das passiert und ich weiß nicht ob wir noch haben den herrn lavrov mit seiner unrede haben wir noch okay wunderbar also da wird es ja auch noch mal ganz deutlich gemacht ja und wir stehen jetzt davor und die bewaffnungen werden jetzt hochgezogen nur muss man eines dazu sagen das hat auch nichts damit zu tun dass die ukraine gebiete rück erobert hat man muss einfach mal sehen es gibt eroberte gebiete und es gibt besatzungsgebiete und in dieser ost ukraine sind die städte besetzt gewissermaßen gesichert zu sagen ist die die russen und aber die gebiete dazwischen die wurden einfach nur mit erobert und die waren auch mehr oder weniger auf halde und die hat man sich jetzt geholt dort wo dünn besiedelt war und so weiter um jetzt auch diese gigantischen geländegewinne dann eben halt zu proklamieren also da gibt es durchaus auch andere seiten um das ganze militärstrategisch startzustellen und ich sehe die großen boulevard blätter wie sie da aufmachen dass einem wirklich nur noch der atem weg bleibt mit welch einer art und weise hier wirklich mit dem feuer gespielt wird als würde einer mit dem bunsenbrenner hier durch die gegend laufen durch ein volles strohlager es ist wirklich unfassbar ein krieg lässt sich immer nur vermeiden wenn beide seiten als ziel den frieden und die verständigung haben und diese diplomatischen gespräche sind nicht zustande gekommen also da gibt es die ukraine da gibt es den westen sprich usa sprich europa und da gibt es russland und in einer zeitphase haben die einen keine gesprächsbereitschaft gezeigt in anderen phasen haben andere keine gesprächsbereitschaft gezeigt jetzt ist wie du es nochmal deutlich hervorgehoben hast die tür zu und der russische außenminister serger lavrov der hat gestern eine gepfefferte rede gehalten vor dem un sicherheitsrat da hat er alle fakten aus sicht der russen noch einmal aufgezählt und aufgeführt und hat wirklich historische daten genannt die man auch nachprüfen kann also fakten mäßig stimmt das so weit wie man das dann persönlich sieht und einordnet ist immer eine andere sache auf jeden fall möchte ich nur einen wörtlichen satz hier wiedergeben aus dieser doch relativ langen rede er spricht über die unterstützung von der ukraine durch den westen und er sagt das kiefer regime verdankt seine straffreiheit seinen westlichen kuratoren vor allem deutschland und frankreich und natürlich den vereinigten staaten anstatt von der führung in kiew die umsetzung der minska vereinbarungen zu fordern haben berlin und paris zynisch die augen vor den offenen drohungen kievs verschlossen das donbass problem mit gewalt zu lösen dem sogenannten plan b und das wird eben von russland jetzt sozusagen als argument dafür genommen dass eben auch die referenten dort stattfinden ja also für mich ist sehr interessant dass lavrov es ist natürlich ein alt gedienter politwissenschaftler par excellence der über 40 jahre im diplomatischen dienst war und natürlich auch die ganzen gepflogenheiten kennt und natürlich auch die ganze geschichte kennt und selber legt auch das sagt was er sagt und was mir auffällt ist dass in den ich sehe ja die östliche propaganda ich beschreibe das bewusst als propaganda auch ganz klar und ich sehe die westliche propaganda und mir fällt eines auf dass sowohl putin als auch lavrov wirklich gerne wenn sie argumentieren detaillierte zahlen daten und fakten nennen die sagen im jahre 2021 hat meinetwegen silensky das und das gesagt oder das und das oder das minska einkommen ist an der und der stelle nicht eingehalten worden und das wurde auch deutlich kommuniziert und das abkommen das abkommen minska abkommen und so weiter und so fort all diese dinge oder auch beispielsweise solche konkreten ausfälle wenn beispielsweise silensky gesagt hat oder andere politiker in der ukraine dass sie die ost ukraine nicht als menschen bezeichnet haben sondern als kreaturen das sind also wirklich ganz konkrete daten und wenn jemand etwas sagt und sehr viele informationen rausgibt dann bedeutet das für den gegner natürlich auch viele möglichkeiten einen brechhebel anzusetzen und zu sagen das stimmt so nicht da hat er gelogen und wenn ich mir dann die westliche gegenpropaganda ansehe und die ist dann mehr oder weniger ganz einfach wo draufsteht alles nur gelogen alles nur propaganda stimmt ja gar nicht und dann stelle ich fest das ist mir ein bisschen dünn bei den vielen informationen müssten sie so viele möglichkeiten haben zu argumentieren lavrov hat das gesagt putin hat das gesagt das ist falsch das ist falsch das ist falsch und zwar ganz konkret durch widerlegungen das findet nicht statt und wenn ich dann eben halt mir diese beiden propagandistischen perspektiven ansehe dann komme ich auf eine etwas klarere und auf eine sehr vertuschende art der propaganda und das führt mich dann natürlich zu bestimmten gedankengängen ja das überrascht dich natürlich sehr weil das hatte man gar nicht erwarten können auf jeden fall spricht lavrov eben auch darüber dass in diesen besetzten gebieten in der ukraine auch die russische sprache sozusagen abgeschafft wurde russische literatur russische kultur und so weiter es sind ja so viele punkte über die aber in den westlichen medien wenig berichtet wird so dass man dieses verständnis auch nicht aufbringen kann warum sind die so auf der zinne die russen sind die tatsächlich nur kriegs wütig und wollen eben imperatorisch da gebiete annektieren also da gibt es eine ganze menge zu diskutieren und es ist immer wieder wichtig eben auch beide seiten zu beleuchten wir gehen hier deswegen ein bisschen tiefer rein weil viele berichte findet man nicht in den westlichen medien diese informationen dazu und wir versuchen halt in den medien die erlaubt sind noch in der eu die russischen medien dort die informationen zu finden und so gibt es eben eine andere meldung andreas und die zeigt eben auch ganz deutlich dass die tür zu ist weil der russische präsident der hat bei einem treffen da sind so ingenieurs schulen leiter zusammengekommen und ihre partner da hat er die russische wirtschaft aufgefordert so schnell wie möglich wörtlich die lücken zu schließen die die ausländischen firmen also aus dem westen hinterlassen haben denn er sagt früher oder später wollen diese westlichen firmen wieder nach russland zurück aber das will er offenbar nicht denn seine forderung bis dahin müssen russische firmen all diese lücken besetzt haben mit anderen worten russland will nicht mehr mit dem westen zusammenarbeiten das ist nicht mehr verlässlich wenn die da einfach auch das schiff verlassen haben verlassen mussten und ich ich meine man kann diese firmen auch verstehen denn wir haben gesehen was passiert mit gerhard schröder was passiert mit leuten die versuchen eine einigung eine diplomatische ebene zu finden die werden an die wand genagelt von den westlichen medien ja wir sehen wie die sanktionen jetzt doppelt wirken an der stelle denn die unternehmen große konzerne die aus russland ihre ganzen betriebe und ihre produktions einheiten zurückgezogen haben die haben das nicht gemacht im normalfall aus überzeugung ich habe mit einigen darüber gesprochen sondern einfach weil sie politisch unter druck gestanden haben und die hätten sonst keine kredite oder sonst was mehr bekommen und sie haben dort wertvolles know how sie haben dort wertvolle infrastruktur zurückgelassen und gehen jetzt zurück und nochmal um sich das klar zu machen jetzt sagt putin wir wollen die nicht mehr zurück haben die sind nicht mehr willkommen und wenn dann eben halt zu preisen die wir diktieren das ist jetzt genau dem westen auf die füße gefallen und russland ist natürlich sehr wohl in der lage diese lücken zu schließen vielleicht nicht so optimal wie es früher mal war aber wenn wir ehrlich sind in der heutigen zeit geht es weniger um das design eines handys sondern mehr darum ob getreide da ist dass man brot backen kann das ist nämlich das entscheidende und da haben die russen aufgrund ihrer großen ernte erfolge die sie haben gegenüber dem westen wo wir dürre katastrophen haben keine lieferketten mehr haben und so weiter wirklich große probleme und wenn wir sehen dass hier genau auf dieser ebene ist jetzt mehr geht nicht um den luxus sondern um das wirkliche überleben und zwar die frage wie man dann auch ordentlich überlebt dann wird es eben halt ganz deutlich er macht hier wirklich die tür zu und ich meine wir können uns dürfen uns nicht wundern darüber dass wir seit 2014 eine entwicklung hatten die deutlich waren und roger köppel von der weltwoche den wir ja ab und zu verlinken der bringt ja in seinen daily news die er dort bringt das macht er wirklich auch aus meiner sicht sehr fundiert auch sehr emotional und auch im normalfall sehr unaufgeregt manchmal auch eben nicht und das macht das ganze auch so authentisch und er bringt da schon gedankengänge rein mit denen ich übrigens nicht unbedingt immer übereinstimme eins zu eins aber die auf jeden fall die gedanken anregen sollten und das fehlt uns eben halt und wir müssen ja auch ein bisschen gegenpol zu diesen klassischen mainstream gebürsteten medien halten ja und victor orban das ist der ungarische ministerpräsident der ist ja dafür bekannt dass ein gutes verhältnis zum russischen präsidenten hat gleichzeitig gehört er aber mit seinem land in die eu und die eu hat nun sich seit weit mehr als sechs monaten hervorgetan gemeinsam mit den usa eine sanktion nach der anderen noch drauf zu laden gegen russland was natürlich auch dort in moskau zu verstimmungen geführt hat ihr wisst selber die entwicklung was die lieferung von gas angeht da kommt so gut wie nichts mehr demnächst wird es auch kein öl mehr geben aus russland was deutschland aber auch die eu die angrenzenden länder in große schwierigkeiten bringen muss also es nicht kann oder könnte wird ganz einfach und victor orban hat jetzt die aufhebung der sanktionen von seiten der europäischen union gegenüber russland verlangt und sagt bis spätestens ende des jahres muss damit schluss sein denn diese strafmaßnahmen gegen moskau seien den europäern wörtlich von den brüsseler bürokraten aufgezwungen worden und das hat er gegenüber der tageszeitung magia nimset geäußert und das hat er vorgestern abend gesagt und er sagt diese sanktionen verursachen wirtschaftsprobleme die energiekrise die inflation also dieses missverhältnis in das jetzt alle länder rutschen und wenn ich sage alle länder sind alle bürger damit gemeint wir haben energiekrisen stromkrisen lebensmittelversorgungskrisen und vieles mehr und das gegenteil von dem was orban fordert findet statt denn die eu möchte weitere sanktionen gegen russland verhängen wegen jetzt der teilmobilmachung und da äußert der eu außenbeauftragte joseph borrell wörtlich wir werden neue restriktive maßnahmen sowohl auf persönlicher als auch auf sektoraler ebene ergreifen das hat er gesagt am rande der un generalversammlung in new york wo eben auch lavrov gesprochen hat und diese sanktions ideen die sollen jetzt in abstimmung mit den internationalen partnern geschehen also wir wissen wer da gemeint ist und die strafmaßnahmen würden weitere auswirkungen auf die russische wirtschaft haben etwa auf den technologie sektor und borrell hat dem hinzugefügt das melden die deutschen wirtschaftsnachrichten dass die ukraine weitere waffen erhalten soll er ist nicht näher darauf eingegangen aber die beschlüsse sollten zu einem späteren zeitpunkt bei einem formellen treffen gefasst werden was ich spannend finde dabei ist dass ich ja auch so die russischen medien versuche zu verfolgen und da stellt man momentan einen trend fest nämlich einen trend ins förderliche was die entwicklung der eigenen technik anbelangt und putin und auch vor allem wirtschaftsexperten sagen ganz deutlich russland hat sich über viele jahrzehnte mehr oder weniger ausgeruht auf seinen rohstoffen mehr oder weniger die nur aus der erde heraus geholt und dann weiter geliefert und dann verkauft ohne eigene produkte zu haben aufgrund dieser sanktionen ist russland jetzt gefordert eigene innovationen zu fahren und die sind ganz begeistert davon wie offenbar gut das ganze jetzt läuft deshalb wollen sie auch diese lücken eben halt jetzt schließen und an dieser stelle muss man einfach mal eines sagen wenn durch die sanktionen sichtbar die europäische wirtschaft komplett zusammenbricht dann können die irgendwann ihre sanktionen zurücknehmen aber dann ist das wahrscheinlich dann zu einer zeit wo die wirtschaft so eingedampft wurde dass sie gar keine rohstoffe mehr brauchen und vor allem russland auch den absatzmarkt europa nicht mehr braucht denn die warten ja nicht darauf dass die wiederkommen sondern die sind gerade dabei neue märkte zu erobern und ziehen jetzt ihre pipelines eben halt nach indien und setzen diese ganzen dinge weiter nach china ab und wenn dann irgendwann die europäer kommen und sagen wir sind jetzt so weit wir nehmen diese aktion zurück wir möchten jetzt unser öl und unser gas wieder haben dann kann es ohne weiteres sagen tut mir leid dass russland dann sagt wir haben mittlerweile andere partner die sind weg dann steht dann irgendwann ein politiker in moskau genauso da wie habeck dann eben halt in katar und versucht dann irgendwas hinzubekommen und wird da mehr oder weniger dann weggenickt es ist schon unglaublich wir haben in der letzten zeit oft über die neuen allianzen berichtet ob das die schanghai-organisation ist für wirtschaftliche zusammenarbeit oder eben auch die brics die ja ständig erweitert werden und sich mehr oder weniger unisono gegen die westliche welt aussprechen und wenn man sich das genauer bei licht betrachtet dann ist es schon ein ziemliches missverhältnis in das der westen jetzt hineinrutscht und mich wundert einfach dieses selbstbewusstsein in anführung mit dem aufgetreten wird gegen eine solche phalanx ich weiß nicht ob das vielleicht sogar unfähig ist das überhaupt zu erkennen worum es dabei geht denn die überschriften die ich heute lese so in der boulevardpresse jetzt ist alles vorbei jetzt bricht das russische imperium zusammen weil da zum beispiel eine general eine teilgeneralmobilmachung stattfinden soll und dann frage ich mich wirklich mir kommt das ganze manchmal so vor wie saddam hussein in den letzten tagen seines krieges als er gesagt hat ich werde euch alle noch vernichten da saß er schon in einem erdloch manchmal zuck ich wirklich zusammen und ich sehe diese überschriften zum beispiel was diese mobilmachung von bestimmten soldaten anlangt die sich beziehen sollen laut den russischen medien das ist interessant nicht auf privatleute sondern ausschließlich auf soldaten die entsprechend ausgebildet wurden und da geht es jetzt darum dass es heißt in den westlichen medien dass unglaublich viele russen das land fluchtartig verlassen unter anderem auch nach kasachstan und da habe ich gerade mal eine kasachische meldung gesehen von kasachischen medien da gibt es nämlich eine organisation ein amt die genau überprüfen wie viele wandern eigentlich ein nach kasachstan wie viele wandern aus und das ist die anzahl der grenzpassagiere die in beiden richtungen vor dem hintergrund verschiedener meldungen zu angeblichen massenfluchten russischer wehrpflichtiger bürger stattgefunden haben und da schreibt kasachstan ganz deutlich ab seit dem ersten januar 2022 bis zum heutigen tag das war gestern sind 4,3 millionen ausländer nach kasachstan eingereist davon 1,66 millionen russischer bürger also seit januar sind 1,6 millionen russische bürger nach kasachstan eingereist davon sind aber 1,64 millionen russische bürger aus kasachstan wieder ausgereist und das finde ich ganz interessant wenn man also den gegenfluss dazu nicht nimmt offenbar ist das ein grenzverkehr der da stattfindet über einen gewissen zeitraum und am 23 september also heute hat die anzahl der russischen grenzpassagiere gegenüber normal um insgesamt vier personen zugenommen und da also im prinzip und zwar sind das eben 30 personen gewesen am heutigen tage und davon sind eben halt das sind vier mehr als normal und das widerspricht so ein bisschen diesen riesen fluchtbewegungen die wir allein in diesen bereichen haben das alleine macht mich nachdenklich warum machen die sowas ja kalkül strategie ist ja klar da braucht man sich auch nicht zu wundern und es ist wichtig dass man eigentlich immer bei allen meldungen wachsam ist und überlegt kann das alles so stimmen was uns hier der mainstream die öffentlich rechtlichen so bei poolen wollen ja und während also die welt zerfällt in zwei teile zumindest sind wahrscheinlich noch ein paar teile mehr aber es ist jetzt das kämpfen um die vorherrschaft über diese welt ich meine auch angela merkel hat die begriffe weltregierung und globale weltordnung genannt und das denke ich ist ja auch bei klaus schwab und seinen mannen immer wieder das ziel und auf wessen rücken wird das alles ausgetragen auf dem rücken der menschen was bedeutet das für die menschen in den westlichen ländern wir sehen es übrigens auch hier dass auch hier lebensmittel engpässe vorprogrammiert sind denn auch hier finden merkwürdige abschaltungen von produktionsstätten statt in den usa vor allem auch und das ist ein weltweites problem aber in europa kommt schneller näher so muss man das einfach sehen und hier gibt es einen bericht in der berliner in der bz das ist ja auch eigentlich berliner zeitung die bz bz berlin so heißt sie also mainstream ich glaube gehört auch zu springer und da gibt es einen kommentator und der heißt gunnar schopelius und der ist immer so nah am volk und berichtet jetzt darüber dass der berliner senat sich auf einen stromausfall in diesem winter vorbereitet und deswegen sollen ganze wohngegenden vorübergehend immer mal abgeschaltet werden vom strom und schopelius sagt die bevölkerung wird viel zu wenig darüber informiert ich meine es hat ja nicht jeder hier den telegram kanal abonniert und es wird hier zitiert der staatssekretär berlins für innere sicherheit torsten ackmann heißt der mann und der hätte am montag also zu beginn dieser woche im abgeordnetenhaus eine irritierende bemerkung gemacht er sagte es könne im kommenden winter zu rollierenden abschaltungen im stromnetz kommen was soll das heißen fragt schopelius auf nachfrage erklärt die sprecherin des innen senats es handele sich wörtlich um eine vorbeugende maßnahme im fall einer drohenden netzüberlastung also damit ist der fall gemeint dass mehr strom verbraucht wird als eingespeist werden kann das ist ja sowas ähnliches wie wenn wir zu hause zu viel stromquellen anmachen und die sicherung rausfliegt so ungefähr ist das ganze und wenn sowas angekündigt wird dann gibt es natürlich auch die gründe dafür einer der gründe könnte zum beispiel sein dass zurzeit deutschland ein großer stromexporteur ist ihr habt richtig gehört stromexporteur zum beispiel nach frankreich das finde ich auch ganz interessant weil nämlich die stromproduktion in frankreich im argen liegt wir wissen ein großteil der größte teil der französischen kraftwerke kernkraftwerke sind vom netz runter aufgrund ihres alters abnutzung oder irgendwelcher fehler oder reparaturen so wird es uns genannt dazu kommen die hoch erwärmten flüsse die für die kühlung nicht mehr nutzbar sind und auch natürlich extreme umweltschäden produzieren können und das führt dazu dass wenn also die die entsprechende stromstärke nicht mehr ausreicht dann muss deutschland nachsetzen und momentan fließen unglaublich viele stromkapazitäten nach frankreich von deutschland aus und ich habe das gefühl dass man hier natürlich auch weiß dass dieses ganze blackout szenario ein europäisches problem ist und mich würde nicht wundern das ist eine spekulation dass hinter den kulissen im rahmen der stromkonzerne und zwar europaweit ein plan aufgebaut wird in welchen regionen man wo abschaltet ich glaube es geht nicht mehr darum dass man abschaltet ob man abschaltet sondern wen man in welcher reihenfolge abschaltet und das so dass dabei kein totaler blackout entstehen kann denn das bedeutet noch nicht dass das alles funktioniert das ist ja eine ganz hoch sensible angelegenheit da irgendwelche ganzen stadtteile rauszunehmen andere wieder rein zu nehmen weil wir müssen immer im prinzip eine bestimmte stärke auf den leitungen haben und wenn die zu stark variiert ist es ein problem und wenn solche ankündigungen stattfinden dann gehe ich davon aus dass das auch kommen wird das ist der grund warum wir auch zum beispiel unseren lieben auch immer wieder die uns ganz am herzen liegen familien auch in deutschland sagen okay ihr bekommt jetzt ein echo flow und das machen wir dann einfach von uns aus und es ist so unglaublich wichtig dass man dann in diesen phasen wo dann der strom abgeschaltet ist dann tatsächlich seine stromkapazität so halten kann dass die wichtigen sachen wie kühlschrank zum beispiel aufrechterhalten bleiben ja ich habe zum beispiel heute umfangreich brotteig beziehungsweise auch gestern abend schon fertig gemacht der heute noch verbacken wird weil wenn wir einen stromausfall haben ganz klar dann haben wir zwar ein aggregat laufen aber man muss da nicht unbedingt einen backofen mit dranhängen da würde ich wahrscheinlich probleme mit dir bekommen definitiv weil so ein backofen natürlich sehr viel strom zieht das ist ganz klar aber man kann ja auch mit anderen möglichkeiten das ist ja das was du dieses brot in not oder wie heißt das glaube ich das buch jetzt was wir da rausgebracht haben es ja wirklich nicht wir haben sie sich rausgebracht wir haben es auch eingestellt weil es ist wirklich sehr interessant wie man mit teelichtern beispielsweise brot backen kann und so weiter das sind ja wirklich hochinteressante dinge man muss lernen mit den naturgewalten das ist es hier bei uns eben halt umzugehen und das wissen die kanadier zum beispiel auch hier alle und aus diesem grunde ist es hier für niemanden ein großes problem wenn ihr mal für ein paar tage der strom ausfällt in deutschland ist man auf diese dinge überhaupt nicht vorbereitet da kommt der strom aus der steckdose und eine kuh ist lila und so verindustrialisiert sind wir gewesen und jetzt müssen wir umdenken ja also nicht jeder denkt so das möchte ich vielleicht auch mal klarstellen und hier wird noch weiter auseinander genommen folgendes es heißt also wenn sich eine überlastung andeutet im stromnetz werden deshalb einzelne netzbereiche in einem begrenzten areal abgeschaltet später schaltet man sie wieder ein das bedeutet konkret in einigen wohngebieten geht das licht aus und irgendwann wieder an wenn die abgeschalteten wohngebiete wieder ans netz gehen schaltet man andere ab so dass immer ein teil der stadt ohne strom ist wir reden von berlin und ein anderer nicht und das ist eben das was man als rollierendes system bezeichnet und schupelius sagt es knüpfen sich hier eine ganze menge fragen dran auf die man keine oder nur ungenügende antworten bekommt zum beispiel wie lange sitzt man denn dann im dunkeln ohne internet telefon warmes wasser während der tiefkühler abtaut während der supermarkt geschlossen ist das gehört ja auch zu einem blackout oder einer stromabschaltung und er sagt darauf gibt es keine antwort oder andere frage wie erfährt man wo der strom wann wie lange abgeschaltet wird antwort grundsätzlich werden alle verfügbaren kommunikations kanäle zur information der bevölkerung genutzt mit anderen worten andreas man denkt wieder nicht an die menschen es wird auch nicht die frage beantwortet von diesen protagonisten wie man sich vorbereiten soll man auf diesen stromausfall hier wird einfach vom innensenat verwiesen auf das bundesamt für bevölkerungsschutz das hat ja ein ratgeber für in anführung richtiges handeln in notsituationen bereithält und dort heißt es ziel muss sein zehn tage ohne einkaufen überstehen zukommen was ist mit krankenhäusern polizei feuerwehr stromabschaltung ja all das sind ja gut da gibt es ein paar notstrom aggregate aber es gibt keine konkreten antworten und das ist was stutzig macht naja man beschreibt hier mehr oder weniger so fragmental den plan den wir mit sunrise bezeichnen nicht wir sondern der wird als sunrise bezeichnet in diesen rescue boards die es gibt die mittlerweile von steuerzahlern über die ministerien gesteuert oder auch über die bundeswehr tatsächlich existieren und diese sunrise geschichte die haben wir schon vor mittlerweile über einem jahr dargestellt wie sich die situation entwickeln wird und machen wir uns über eins eben halt keine illusion die supermärkte werden so oder so leer sein ich glaube viele haben noch gar nicht verstanden dass aufgrund der bisher eingetretenen schäden ein zurück nicht einfach so möglich ist ich möchte mal sagen wenn alle politiker heute sagen würden wir nehmen alles zurück krieg ist vorbei corona ist vorbei mrna spritzen sind vorbei und jetzt sorgen wir dafür dass alle lieferketten wieder aufgebaut werden und alle bekommen wieder zu essen wir würden trotzdem durch eine hungersproblematik geraten wir würden trotzdem rein geraten weil diese lücke die jetzt vor uns klafft die ist nicht einfach mehr zu schließen das wissen alle und irgendwie wird jetzt nur ein bisschen zeit gewonnen und jeder sollte sehen vor allem eines dass er genügend eigenvorsorge betroffen hat getroffen hat wo er dann eben halt nahrungsmäßig durchkommt um sich dann eventuell auch in dieser phase wo er sich dann versorgt mit dosennahrung und so weiter auch anfängt spätestens dann seinen garten so zu bauen wie es eben halt auch sein sollte das ist interessant hier wir sehen das hier bei uns zum beispiel in der gegend dass die leute die früher die rasenflächen hatten dort das war alles schön gemäht dass da plötzlich jetzt rinder stehen oder eben halt plötzlich gärten angelegt werden und ich bin ziemlich sicher dass es in deutschland auch stattfinden wird deutschland hat große agrarflächen und wenn wir einen bundeswirtschaftsminister hätten der sagt ich habe interesse an einer ernährung der menschen und ich möchte dass diese ernährung auch gewährleistet ist dann könnte man mecklenburg vorpommern wieder für den ackerbau richtig freigeben und deutschland ist in der lage sich selbst komplett zu ernähren man muss nur langsam mal anfangen weil die große klaffende lücke jetzt vor uns liegt so oder so ja aber das möchte er es dem ja nicht gilt und das macht er in enger absprache mit dem herrn habeck obwohl er ja ein wirklich gelernter kindergärtner ist und sozialpädagoge trotzdem schafft er das nicht der eine ist kindergärtner und sozialpädagoge und der andere ist kinderbuchautor ja genau und so haben wir eine wunderbare regierung die das steuert ja und währenddessen gibt es warnungen von dem chef des stadtwerkverbands der vor einem versorgungskollaps warnt und zwar ist das der chef des verbandes kommunaler unternehmen ingbert liebing der sagt wenn es keine staatshilfen für angeschlagene stadtwerke geben sollte dann sitzen wir weitem dunkel wörtlich wenn wir zulassen dass stadtwerke in insolvenz gehen und als strom- und gasanbieter ausscheiden kann das eine kettenreaktion auslösen bis hin zum zusammenbruch der energieversorgung das hatte gegenüber dem spiegel gesagt andreas und das wäre ja dieser teufelskreis ja genau das ist das was wir beschrieben haben und es heißt hier weiter im falle der insolvenz müssten die privaten gas- und stromabnehmer eines pleitegegangenen stadtwerks von dem energieversorger mit den meisten belieferten haushaltskunden des netzgebiets in der grundversorgung übernommen werden diese versorger sagt er müssten für ihre vielen neuen kunden große mengen zusätzliches gas und strom zu aktuell exorbitanten preisen aufkaufen und im zweifelsfall gehen sie dann auch in die knie und wir bekommen einen flächenbrand nun ist es ja so für den normal durchschnittlich gebildeten deutschen bürger ist es so dass die stadtwerke immer zuverlässig sind also wenn wenn nichts geht die stadtwerke auf die kann man sich doch eigentlich immer verlassen ja das hat so ein bisschen was von beamtentum aber das ist es eben nicht das sind meistens privatrechtliche unternehmen im gmbh-status und das sind unternehmen die profitabel arbeiten müssen und übrigens wenn sie nicht profitabel arbeiten dann müssen sie eine insolvenz anmelden das ist eine vokabel die unser bundeswirtschaftsminister noch gar nicht richtig kennt und zuordnen kann aber das findet dann eben statt und jetzt haben wir ja die situation dass diese gigantischen insolvenzen natürlich die logische folge sind denn wenn die preise jetzt steigen weil nämlich die stadtwerke extern ihre stoffe kaufen müssen ihre ihre rohstoffe ihre handelsware strom zum beispiel kaufen müssen dann werden die preise so hoch dass die großen kunden die sie vorher hatte dabei auch mit kaputt gehen werden weil die die preise gar nicht mehr finanzieren können und das führt natürlich dann mehr oder weniger zu einem kollaps der gesamtwirtschaft ja und der verband kommunaler unternehmen der fordert jetzt aus also auch für berlin oder von berlin einen umfassenden staatlichen schutzschirm für die 900 stadtwerke in deutschland die eben vielerorts auch den öffentlichen nahverkehr oder die schwimmbäder oder eishallen betreiben und die bislang mit ihren energieprofiten querfinanzierten und er sagt wir brauchen jetzt eine art liquiditätsprogramm des bundes in form von krediten bürgschaften und das geld werde benötigt um den immer kostspielerigen einkauf von gas und strom vorzufinanzieren das meldet die welt und er sagt er fordert also herr liebingen nicht zurückzahlbare staatszuschüsse wörtlich die hohen preise für strom und gas überfordern viele hier steht endkundinnen und endkunden wir erwarten eine kompensation des bundes für zahlungsausfälle wie ordnest du es ein naja das problem ist ganz einfach dass es so oder so nicht funktioniert denn wenn der staat es geben soll dann muss der staat ist auch irgendwo her holen und wenn der staat es her holt dann gibt es nur eine quelle das ist der bürger entweder er nimmt noch mehr steuern den bürgern weg damit diese ämter dann oder diese diese stadtwerke finanziert werden oder er macht noch weitere schulden was dann wiederum durch die steuern in den nächsten generationen mit abgezahlt werden soll das ganze können wir nehmen wie wir wollen es funktioniert einfach nicht nein das findet auch gar nicht statt es findet eine irrsinnige situation statt dass ein herr justizminister buschmann sogar sagt wir wollen die insolvenz regeln verändern das heißt die unternehmen die überschuldet sind die beispielsweise zahlungsunfähig sind dass sie nicht insolvenz anmelden müssen sondern wir wollen das ein bisschen relaxer sehen nach dem motto das unternehmen ist pleite darf aber weiter noch im markt aktiv sein das bedeutet natürlich für alle unternehmen die noch gesund sind oder halbwegs gesund sind dass sie dann mit maroden unternehmen die am konkurs lang schrappen und eigentlich insolvenz wären dann machen sie mit denen noch geschäfte denn es ist verboten eine insolvenz verschleppung zu machen wenn mein unternehmen zahlungsunfähig ist oder überschuldet das sind zwei verschiedene fakten es gibt auch unternehmen die haben so hohe schulden aber haben noch liquidität um damit ihre rechnungen zu bezahlen dann muss die insolvenz angemeldet werden damit andere unternehmen geschützt werden und mit diesem unternehmen keine geschäfte mehr machen denn wenn jetzt ein unternehmen einen auftrag bekommt von einem insolventen unternehmen dann wird dieses gesunde unternehmen in die vor investition geben irgendetwas produzieren maschinen oder sonst was und liefert sie dann dorthin und dann werden sie anschließend nicht bezahlt selbst wenn sie die maschinen wieder zurückholen die werden ja oft individuell genau für die auftraggeber dann entsprechend auch angefertigt das heißt hier wird ein zusätzlicher pleitefaktor in die gesamte mittelständische industrie mit eingebaut es ist so abenteuerlich dass einem wirklich nur noch ja ich sag nichts für mich erschreckend dass es tatsächlich den stadtwerken jetzt an den kragen geht und wenn es um forderungen geht die der staat jetzt gegenüber den stadtwerken nachgehen soll und nachgeben soll dann heißt das ja auch wieder nichts anderes dass es die bürger sind die das bezahlen müssen und jetzt gibt es heiße heiße diskussionen über die gasumlage über die verstaatlichung des angeschlagenen energiekonzerns juniper es gibt ja jetzt neue unternehmen sefe beispielsweise das ist die ehemalige gasprom tochter die auch verstaatlicht werden soll hat herr habeck angekündigt und nun wird die kritik aber immer lauter dass die gasumlage deswegen wegen der verstaatlichung dieser großen energiekonzerne abgeschafft werden soll und da gibt es also einige gegenstimmen aus der cdu beispielsweise von christopher de fries der gegenüber der bild zeitung gesagt hat dass die gasumlage von anfang an murks war und weg muss und wie könne die bundesregierung überhaupt auf die idee kommen in einer zeit explodierender energiepreise gas noch weiter für bürger und betriebe zu verteuern um damit unternehmen zu retten die sich weitgehend in staatshand befinden das sei sagt er energiepolitischer irrsinn und die art und weise wie robert habeck damit umgeht wörtlich lässt einen an jedem ökonomischen sachverstand zweifeln ja das kann man wohl so sehen also wenn der staat unternehmen aufnimmt also übernimmt verstaatlicht im prinzip das waren vorher private unternehmen dann werden jetzt unglaublich viele milliarden genommen um dieses unternehmen zu übernehmen um es vor der insolvenz zu retten jetzt befindet es sich in staatlicher hand und jetzt will man noch zusätzliche gelder haben schröpfgelder vom durch die gasdeckel und durch diese entsprechenden gasumlagen um das unternehmen zu retten das gehört schon dem staat das ist doppelt gemoppelt man versucht hier mehr oder weniger mit verschiedenen strukturen der völligen verschleierung eine reine nebelbank zu erklären dass der staat eigentlich pleite ist eigentlich sind wir in dem begriff eines staatsbankrottes und genau das wird mit hoher geschwindigkeit jetzt im prinzip noch beschleunigt es ist eigentlich ganz einfach eins und eins sind immer noch zwei aber wir sind noch nicht am ende denn herr habeck der also die gasumlage trotzdem durchsetzen möchte und trotzdem die verstaatlichen verstaatlichungen dieser großen energiekonzerne vornimmt er möchte zudem jetzt noch ein energie sondervermögen in milliardenhöhe andreas da kannst du vielleicht noch was dazu sagen das heißt er will noch mehr schulden machen das meldet auch die bild zeitung also neben den explodierenden strom- und energiepreisen soll also sozusagen ein sondervermögen und das geht jetzt auch wieder in wirklich hohe milliardensummen das möchte er noch mehr oder weniger generieren der neue propagandabegriff sondervermögen da gibt es ein sondervermögen von 100 milliarden für die bundeswehr die überhaupt keine waffen hat weil die werfen gerade weg geliefert werden jetzt fordert man ein sondervermögen eben halt genau dafür dann gibt es noch die deutsche greta von dingenskirchen mit ihrem klimawahn die jetzt gesagt hat wir brauchen jetzt noch ein sondervermögen über 100 milliarden zum sogenannten klimaschutz es ist wirklich unglaublich jetzt hat man einen neuen begriff benutzt und alle fallen darauf ein und man glaubt man könnte aus irgendeinem sack wo unendlich viel geld drin ist jetzt einfach geld rausnehmen und dieses vermögen dann entsprechend einsetzen es sind ganz einfache schlichte schulden und jetzt muss man fragen wenn einer schulden aufnimmt muss man sehen wie ist denn überhaupt der schuldner in seiner solvenz und das haben wir gerade festgestellt wie zahlungsfähig ist er eigentlich und bei dem was wir hier gerade sehen stellen wir fest wir stehen vor der zahlungsunfähigkeit vermutlich vor dem staatsbankrott und ein unternehmen nehmen wir mal ich habe einen nachbarn der ist arbeitslos und das schon seit vielen jahren und ist mit einer million verschuldet und kann sich kaum das essen leisten was er jeden morgen hat und jetzt kommt er zu mir und möchte hunderttausend euro haben und sagt er zahlt das in den nächsten 60 bis 80 jahren zurück würde man dem noch geld geben vermutlich nicht weil nämlich die bonitätsprüfung nicht funktioniert und genauso muss der staat natürlich auch rangehen also nennt man es jetzt nicht mehr schulden sondern man nennt es vermögen sondervermögen so wie man früher auch die bundesschulden hatte es gab eine bundesschuldenzentrale und heute nennt man es eben halt bundesschatzbriefe das heißt also es werden keine schuldscheine mehr rausgegeben vom staat sondern schatzbriefe klingt natürlich alles wesentlich schöner ist aber reine propaganda das interessante ist wo bleibt eigentlich die wissenschaftliche fakultät wo bleiben die eigentlich und sagen kinders was erzählt ihr hier eigentlich für einen wirklich gequirlten sonst was unsinn genau unsinn das stimmt unsinn genau ja und herr habeck hat dann auch noch mal verwiesen auf das sondervermögen der bundeswehr da sind ja 100 milliarden versprochen worden und er sagt das sei den grünen nicht leicht gefallen hat er gestern abend gesagt aber wir haben diesen schritt getan zur verteidigungsfähigkeit unseres landes und jetzt müssen wir die ökonomische substanz unseres landes verteidigen und dafür müsse man auch die finanzpolitischen möglichkeiten nutzen die dieses land hat und es heißt hier in dem beitrag der erschienen ist bei auch der welt also die sind da schon auch ein bisschen näher dran jeder im saal weiß heißt es in dem artikel dass habeck damit die aussetzung der schuldenbremse meint und er wird zitiert mit den worten deutschland sei ein starkes land mit einer starken wirtschaft wenn wir jetzt die richtigen maßnahmen ergreifen sollte es meiner meinung nach nicht am geld scheitern es wäre die falsche politische entscheidung ja und hier erkennt man eben halt die logik des geldes also wenn wir jetzt meinetwegen bill gates nehmen der über hunderte von milliarden an vermögen verfügt und er nimmt da jetzt fünf milliarden raus und würde es als sondervermögen bezeichnen um es zum beispiel der gavi oder der who zu geben dann kann ich sagen das ist ein sondervermögen definitiv wenn ich aber ein unternehmen habe welches komplett pleite ist und das ist genau der punkt dass die menschen nicht erkennen dass geld und schulden dasselbe ist denken wir zurück an 2008 als die banken pleite waren und man gesagt hat nichts geht mehr wir müssen jetzt unbedingt einen banken rettungspaket machen ein banken rettungspaket wie geht das frau merkel hatte damals in den staatssack reingeguckt hat festgestellt wie viel geld ist da drin und erst sie stellt fest das waren ungefähr schon zwei billionen euro minus so viel war in dem sack drin jetzt greift sie noch mal rein und holt noch mal 100 milliarden raus und gibt sie dann den banken jetzt fragt man sich wie kann sie denn noch mal 100 milliarden rausnehmen wenn da ja schon minus drin ist und gar nichts mehr drin ist an vermögen und dann kommt die antwort sie muss es sich von den banken leihen dann sage ich moment mal wie kann ich mir denn was von den banken leihen weil die banken pleite sind und eigentlich das geld brauchen um gerettet zu werden wie können die mir dann noch geld leihen und genau hier wird dieses mexikanische hütchenspiel deutlich was das finanzwesen in sich implementiert hat nämlich dass ich das geld von den banken leihe um es dann anschließend den banken zu geben um dieselbe bank die es mir geliehen hat zu retten und da zeigt sich wie irrsinnig das ganze eigentlich ist und genauso funktioniert das hier auch mit diesem staatsvermögen wir sind eben halt in der physik nicht gewohnt dass wir minus haben wenn wir einen raum haben und da sind fünf leute drin und wenn jetzt acht rausgehen dann müssen drei wieder rein kommen damit der raum leer ist und jeder sagt was ist das denn für ein unsinn genau so funktioniert das finanzsystem und auf diesem level bewegt sich gerade diese gesamte diskussion während du das hier so fachmännisch hochwertig ausgeführt hast sind jetzt hier bei uns im garten immer mehr weißwedel rehe und hirsche und ich hoffe einfach bleib einfach ruhig jetzt sitzen und lass uns nicht aufmerksam machen dass der hund das nicht sieht ich würde gerne diesen fünf stück genau ich würde gerne diesen podcast noch in ruhe zu ende machen also wir versuchen einfach so zu tun als ob nichts wäre ja auch in der schweiz äußert man sich inzwischen ganz offiziell zu blackout gefahren zum beispiel hat der regierungsrat aus zürich die bevölkerung angewiesen lebensmittel und wasser zu kaufen und sich vorzubereiten und er sagt es gab nämlich eine anfrage aus dem kantonsparlament die ist gestern veröffentlicht worden und er schließt eben nicht aus dass es im kommenden winter zu einer strommangellage kommt man spricht sogar von einem wochen oder gar monatelangen strommangel als eines der wahrscheinlichsten krisenszenarien in der nahen zukunft und in dieser situation wäre die versorgung der bevölkerung mit lebensmitteln nicht mehr sichergestellt heißt es und das meldet die neue zürcher zeitung um einen blackout zu überbrücken der kurz bis einige tage andauern könne ruft die regierung jetzt die einwohner des kantons dazu auf sich selber zu kümmern notvorräte anzulegen und man spricht hier von mindestens einer woche die man überstehen müsse man spricht von drei litern wasser pro tag die vorgehalten werden müssten das sind alles zahlen schwer was dazu zu sagen ich würde lieber versuchen das ein bisschen weiter zu ziehen und es heißt sollte die strommangellage länger andauern und könnte die wirtschaft die versorgung mit lebenswichtigen gütern nicht ausreichend gewährleisten würden weitere maßnahmen erlassen unter anderem würde man dann pflichtlager des bundes freigeben auf diese weise könnte man vorübergehend eine versorgung zumindest mal anbieten und die stromversorgung im kanton die sieht nicht gut aus denn nur knapp ein fünftel des zürcher strombedarfs wird aus kantonalen quellen gedeckt theoretisch möglich sei ein potenzial von circa 60 prozent dies namentlich mit photovoltaik anlagen das sei aber nur ein ziel wert und zwar für das jahr 2050 also das sind die pläne ja das ist tatsächlich so und wir sehen das gerade jetzt wenn die schweiz die ja nun bekannt sein soll dafür dass sie ganz besonders gut finanziell dasteht was mit den finanzen auch stimmen mag zumindest noch ich bin da ein bisschen kritisch dass sie da auch schon ein sehr hohes selbstbewusstsein haben und ich hatte gestern zum beispiel ein gespräch bei der gelegenheit einen gruß in den kanton zug mit dem ich gestern telefoniert hatte da gibt es ganze gruppierungen die sich dann auch schon zusammengeschlossen haben die übrigens regelmäßig auch unseren podcast hören worüber wir uns sehr freuen und die sind sehr wohl vorbereitet und gerade dort in den ländlicheren gebieten tun sich immer mehr leute zusammen und das sehe ich in vielen anderen bereichen also ich kann mir vorstellen ich hatte neulich gesprochen mit einer dame aus dem raum stade an der elbe bei hamburg die sich regelmäßig auch treffen beispielsweise gemeinsam den podcast hören und sich dann auch so ein bisschen motivieren und eben halt dabei sind wenn ihr solche ähnlichen beispiele habt nennt sie gerne uns mal vielleicht ist das ganz interessant den ein oder anderen würden wir dann auch gern grüßen bei der gelegenheit aber nichtsdestotrotz der schweizer jetzt kommt die hefa zuck gerade zusammen jetzt kommen die langen schreiben also ich nehme es alles wieder zurück aber vielleicht das eine oder andere kann man mal machen ich finde das nur sehr interessant wie viele leute sich mit den themen auseinandersetzen und wenn ich mich mit den normalen menschen unterhalte wie weit sie sind und wie wenig man in den medien darüber mitbekommt und das ist genau der punkt wir haben eine laute fast eine schreiende minderheit in den medien in der politik und eine große große gruppe von menschen die sehr wohl wissen was da läuft und das sind nämlich zum heutigen abschluss dieses podcast ist auch die guten nachrichten die menschen wachen auf sie bereiten sich vor sie bauen ihr gemüse an sie backen ihr brot übrigens dieses brot in not buch ich habe es mir jetzt auch schicken lassen es ist wirklich fantastisch ich werde es für euch auch ein bisschen noch aufarbeiten da gehen wir auch mal rein demnächst denn es ist übrigens von lutz geißler geschrieben dieses buch der ja wirklich der große brotback experte aus dem erzgebirge ist wir stellen hier seine hefe bücher ein seine sauerteig bücher ich backe alles nach diesen rezepten und kann nur sagen wer sich an das thema nicht dran gewagt hat bislang nehmt eins dieser bücher bereitet euch vor indem ihr einfach mal da euch ein bisschen zeit nehmt und das lest und ausprobiert es macht so viel spaß wenn dann wohnung oder haus duften und nach diesem köstlichen backwerk und wenn man gute zutaten nimmt das ganze auch wirklich gesund ist aber eben auch die gartenarbeit so viele von euch haben angefangen wir haben so schöne fotos schon eingestellt von eurer ernte und die kräuterkunde ich muss leider gestehen dass ich im moment so wenig zeit hatte mich auch um die kräuterverarbeitung weiter zu kümmern hier im kanal also in der küche schon da ist alles fast fertig löwenzahn elixier brennessel wurzel elixier dämmert gerade vor sich hin und wird bald fertig werden ich habe scharf gaben elixiere diesmal angesetzt und auch scharf garbe für tee getrocknet der wunderbare wikard strelo mit seinen hildegard von bingen empfehlungen der schwört auf die scharf garbe wenn ihr zum beispiel auch wirklich krank seid innere blutungen habt und so weiter oder haben solltet oder auch äußere blutung scharf gaben tee ist so etwas wunderbar also ich möchte jetzt aber nicht hier ins detail gehen so viele von euch tun dass viele machen sich auch geistig stark rüsten sich das buch im lichte der wahrheit die drei bände in denen wir genau exakt diese zeit hier beschrieben bekommen und sie wird auch dort beschrieben als das jüngste gericht als eine art abrechnung mit dieser welt mit den falschen maßnahmen mit den falschen angewohnheiten der menschen die die naturgesetze nicht richtig kennen gelernt haben vielleicht auch weil sie noch gar nicht gesucht haben die aber in diesen drei bänden im lichte der wahrheit von abtruschen also in der kreisbotschaft erläutert werden und wer da rein liest weiß was darf ich tun und was darf ich nicht tun und in diesem sinne werde ich jetzt natürlich die vorbereitung in gang setzen genau wie wir es gerade gehört haben und du das wunderbar in einem schlusswort dargestellt hast und ich werde jetzt alle losen teile an unserem haus festzurren und für den großen sturm vorbereiten was man nicht welche losen teile hier am haus sind die stehen draußen auf der terrasse das nennt man stühle und tische ja also drückt uns die daumen dass wir gut durchkommen wir sind bester dinge wünschen euch ein schönes wochenende bleibt stark bleibt im gottvertrauen wir kommen dadurch bis bald so Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018